Einfach 10 Sekunden tanzen, Fortnite-Tanz. Da muss die Musik hören, ne? Ich will einfach nur tot sein. Hey, die hat einfach gesagt, die kommt nie wieder. Mit Eis füllen und dann zuwerfen. Die Leute können. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe zu meiner Linken professionellen Fußballer und Eiskönig Lukas Podolski. Wir befinden uns hier gerade bei Ice Cream United am Brüsseler Platz in der Nähe, hier im Belgischen Viertel. Da hinten ist auch schon Tim. Hallo Tim. Guten Tag. Ja, grüß dich. Wir machen heute folgendes. Ich darf heute ihr Praktikum machen. Und zu dem Praktikum gehört natürlich auch ein eigenes Eis. Das haben wir natürlich schon soweit vorbereitet. Und zwar ist das Ananas-Curry. Ananas-Curry. Was ist das? Ananas-Curry. Ja, ja. Was ist das? Ananas-Kokos-Curry? Richtig. Hey! Ananas-Kokos-Curry. Einfach mal vorsichtig hier rein. Richtig schön saftig. Kann ich eigentlich komplett reinmachen, oder? So, sind jetzt zwei Liter? Reicht. Sehr schön. So, machen wir an. So, jetzt wird das hier angehört. Und das ist dann in zehn Minuten, glaube ich, fertig, ne? Folgendes ist nämlich der Cure. Wo ist der Jan? Ich mach nicht nur Fatschigungen jetzt hin, sondern Lukas gibt mir ein paar Anweisungen durchs Ohr, wenn ich hier vorne stehe und läuft. Ja. Hier ist eine Kamera. Anton sitzt da vorne mit der Kamera. Und wir haben natürlich eine Kamera hinten bei Lukas. Und ich würde sagen, wir können eigentlich... Oh, kein Scheiß drauf. Wir fangen an. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Hallo, hi. Bevor sie die ICD betreten, jeder zwei Liegestütze. Bevor sie die ICD betreten, bitte zwei Liegestütze, wenn das geht. Ja, das wäre super. Ist wegen Corona neue Regeln. Wegen Corona halt, damit wir gucken können, ob sie fit sind oder nicht. Bitte beide. Dankeschön, das ist super. Eins, zwei. Wunderbar, danke. Sehr schön. Der mit einem Live-T-Shirt sagt, geiles T-Shirt. Geiles Tanktop. Geiles Tanktop. Ja. Ich zeige ihm, geile Oberarme. Ja, geile Oberarme, wirklich. Ne, wirklich, geil. Also, ist cool. Ich wollte mal, ob die geölt sind. Sind die eingeölt? Sind die eingeölt, die Oberarme? Schade. Schade. Das sind dann 2,50. Bitteschön. Ist richtig. Ja, super. Dankeschön. Kannst du dich lassen? Ne, es stimmt. Kann ich nicht. Ne, es ist richtig, es stimmt. Ah, ja, ja, ich bin noch neu hier, müssen Sie wissen. Es tut mir leid. Ach ja, so rum. Genau, so. Entschuldigung. Schönen Tag noch. Schönes Hemd haben Sie heute an. Sehr schönes Hemd haben Sie heute an. 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 Was ist das hier für eine neue Eislausel? Das ist Revais. Das ist Ananas, Kokos und Curry. Sehr lecker. Ja, wollen Sie mal davon probieren? Sehr gerne. Wir bekommen nur ein Eis, wenn man die Kappe rumdreht. Sie bekommen leider nur ein Eis, wenn Sie die Kappe rumdrehen. Was soll das? Ja. Da da ein bisschen Curry drin ist, kann es sein, dass er nahe ein bisschen auch im Club Probleme bekommt. Das ist mit Curry, es könnte sein, dass er später ein paar Probleme auf der Toilette macht, ja? 22,22 Euro. Das macht 23,22 Euro, bitte. 22,22 Euro. 21,22 Euro. 22,22 Euro, Osterhase. 23,22 Euro, bitte. Ich habe davon keine Ahnung halt, ne? So, beim nächsten Rätsel auf Italien sagst du Buongiorno, Buongiorno Amore. Buongiorno Amore. Buongiorno, amore. Buongiorno. Come sei, sì. Buongiorno, amore. Buongiorno, amore. Buongiorno, amore. Buongiorno amore. Si. Du mi piaci. Tu mi piaci. Grazie. Das einfach mal stehen bleiben nichts machen. 20 Sekunden wie ein Stein stehen nichts machen. Schokolade, richtig? Machen Sie viel Sport? Machen Sie viel Sport? Ja? Sie sehen aus wie ein Pizzabäcker. Sie sehen aus wie ein Pizzabäcker? Chefkoch? Ah, okay. Ach ja, dann kann man ja so ein kleinen Bolstein bekommen. Kann man ja so einen kleinen Bauch bekommen. Und jetzt noch ein Eis. Und jetzt noch ein Eis dazu. Bitte schön. Hallo. Hallo. Mein Name ist Sebastian. Wie ist euer? Mein Name ist Sebastian. Wie heißt ihr? Ich bin Leonie. Leonie und du? Sehr schön. Leonie ist ein schöner Name. Leonie ist ein schöner Name. Haben die Muscheln eine Bedeutung? Haben die Muscheln bei dir im T-Shirt eine Bedeutung oder ist es einfach nur so... Ja. Einfach nur so. Ich stehe auf Muscheln. Ich sammle die. Ich mag Muscheln. Ich sammle die immer. Dann haben wir einmal 4,50 Euro. Dankeschön. Das geht auf mich. Komm. Das passt. Aber nur, wenn wir uns nachher vielleicht mal treffen. Aber nur, wenn wir uns nochmal treffen. Wir können ja ein paar Muscheln suchen. Wir können ja ein paar Muscheln suchen. Ja. Verliebt. Hast du mir was empfehlen? Ja. Reweiß ist sehr gut. Ich hätte gern Erdbeereis. Ein Erdbeereis? Die Haarfarbe geht ja immer gar nicht. Die Haarfarbe geht leider mal gar nicht. Das tut mir leid. Erdbeer und Zitrone, klar. Gibt falsche Sorten. Einmal Erdbeer, ne? Statt Zitrone machst du Vanille rein. Und Zitrone, richtig. Schokolade. Mach Schokolade rein. Zitrone. Das ist nicht Zitrone. Bei uns in der Eisdiele ist die Zitrone anders. Wir haben eine andere Zitrone in der Eisdiele. Bitteschön. Das macht einmal ganz kurz. Entschuldigung. Ich hab kein Geld mehr. Hallo. Hallo. Der zahlt nicht. Hallo. Bist du alleine oder gehört der hinter dir zu dir? Bist du alleine hier? Ich bin alleine hier. Achso. Hallo da. Oh Gott. Einmal Hände hoch und 15 Sekunden stehen bleiben. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Das gehört zu Himbeeren. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Schöne Tattoos. Schöne Tattoos sind das. Hast du selbst gestochen? Selbst gestochen? Jetzt einfach 5 Sekunden lachen. 5 Sekunden lachen. Ganz laut. Schöne Tattoos. Bitteschön. Das Eis. Die ist wohl. Die hasst mich. Die hat gesagt, die kommt nie wieder. Ey, die hat einfach gesagt, die kommt nie wieder. Mache einfach mal 10 Handbildmänner jetzt. Weil ich so lange brauche für die Bestellung, sage ich, ich muss 10 Handbildmänner machen. Ich weiß nicht, was das ist. Warte. Ich muss mich ein bisschen... Sorry. 2 mal 2 Bällchen. 2 mal 2 Bällchen. 1 mal 2 und 1 mal 2. Das macht 6. Das wären dann 6, oder? 1 mal 2. Oder 8. Oder wie viele jetzt? 8 dann? 2 Bällchen. 2 Bällchen. Also 4 jetzt. Also insgesamt dann 4 Stück, ne? Machen wir erst mal hier fertig genau, dann schauen wir weiter, ne? Und jetzt mit dem Eis 10 Knie neu gemacht. Du musst mich ganz gewissen treten, ist das okay? Nein. Ganz laut. Ich bin ein Amateur. Ich bin ein Amateur. Ich bin für nichts zu gebrauchen. Wirklich für... Also ich bin dafür nicht zu gebrauchen, bin ich hier, ne? Das ist Wahnsinn. So dumm wie ich bin, ey. Das ist... Mathe war nicht so mein Fach. Ich hab's nicht mehr so mit Mathe. Das war nicht mein Fach. Schönen Tag noch. Tschüss. Ey, ist das unangenehm hier. Ich will einfach nur tot sein. Vanille. Vanille, natürlich. Ihn Bäscher oder in der Waffe? Ich frage mal, ist das eine Uhr aus dem Bazar, aus der Türkei? Bazar? Die Uhr liegt anders, ne? Ist die von der... Ist auch ein Bazar von der Türkei, oder? Oh. Mach mal so wie der Hund. Uuuuuh. Dreimal bellen. Ja, was denn? Dreimal bellen, wenn du das Eis gibst. Gibt's denn sonst? Ey, Digga, ich sterbe hier. Also ich sterbe, weil es zu unangenehm ist. Ich sterbe, weil es heiß ist. Ich sterbe, weil ich die Kasse nicht verstehe. Ich sterbe, weil ich zu dumm bin, Eis auszugeben. Gleich beim Nächsten. Bitte schön. Der hat eine Tiger- oder Neon-Leoparden-Maske. Der reinkommt und ich begrüße mal so... Hallo. Hä? Wegen der Maske. Du kommst gerade vom Kölner Zoo wegen der Maske. Ja. Du bist vom Kölner Zoo wegen der Maske, ne? Arbeitst im Gehege. Arbeitst im Gehege im Kölner Zoo. Damit die dich nicht wecken. Nur wegen der Maske denke ich halt die ganze Zeit. Mach's gut, mein Leopard. Mach's gut, mein Leopard. Mach's gut, mein Leopard. Digga, also ich will... Ich will aber tot sein. Das ist so unangenehm, Junge. So ne Scheißidee, Alter. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Mann, doch nicht mit so... Die hat Kinder dabei, Alter. Hallo. Wow. Schöne Gardine haben sie da. Tolle Gardine. Einfach 10 Sekunden tanzen. Fortnite-Tanz. Ich vermies die Musik hier, ne? Das fällt mir richtig, Alter. Alle vier Bock auf'n Date heute Abend? Was macht ihr heute Abend so? Na gut, schade. Ne, dann. Zweimal bellen. Bist du Single? Bist du Single? Ne. Ne? Sorry. Den Becher zeigen mit meinem Gesicht und fragen, kennen Sie den? Kennen Sie den? Echt nicht? Das ist der Podolski. Bogenschieß aus Köln. Bogenschieß aus Köln ist das. Mach mal so, als wenn du einen Pfeil und einen Bogen schießt und sagst, das ist der Podolski. Ich bin Podolski. Der Bogenschütze. Hallo. In der Waffe Zitrone im Winter natürlich. Kann ich ein Becher geben. Becher war richtig, oder? Becher war richtig, ne? Ne, in der Waffe. Warum sagen die es dann nicht? Müssen sie es dann nicht. Echt jetzt? Ich hab's nicht gehört, tut mir leid. Machen wir's so. Ananas, Kokos und Curry. Kokos und Curry. Scheiße lecker das jetzt. Verdammt scheiße. Scheiße lecker, oder? Ist gut. Grenzwertig sein. Das hab ich selber gemacht, deshalb schade. Okay. Ich wünsch dir gute Schlecken. So, dann gute Schlecken, ne? Tschüss. Das war so weird. Könnt ihr einfach jetzt aufhören, Alter. Ich glaube, es hat sich rumgesprochen, was ihr abgeht. Hier kommt keiner mehr. Alle haben gehört, dass ich jetzt hier arbeite. Hier kommt keiner mehr hin. Sorry, keine Maske und falsches T-Shirt zu dem Jungen. Keine Maske, nicht mit uns. Ja? So nicht. Und falsches T-Shirt. Wir kommen nur Adidas-Athleten rein. Und falsches T-Shirt. Adidas nur eigentlich. Spaß mir, Alter. Geht auch so. Ganz wilder Cringe-Faktor hier gerade. Jetzt mit dem Eis einfach vor die Türe laufen und wieder zurückkommen. So. Vor die Türe laufen. Einmal. Und tanzen, zurückkommen. Tanzen, wieder reinkommen. Ja. Bitteschön. Danke. Und beim nächsten Becher mit Eis füllen und dann zuwerfen. Wie nett oder kein? So. Dann komm ich raus. Im Becher? Nee, in der Waffel. Ich hab keine Waffel mehr. Keine Waffel mehr, leider. Die sind alle abgelaufen. Und jetzt sag sie ein bisschen weg und dann schmeiß den Becher zu. Achtung, kannst du fallen. Ja, super. Kennt ihr den, äh, hier? Wer ist das? Ja, den. Und dann komm mal raus, Lukas. Lukas hat mir gesagt, wie ich hier arbeiten hab. Deshalb fühlst du mir. Hast du das gut gemacht? Ja, 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 ja. Du, Sportliche Einlagen und alles. Ja, klar. Schon gehört dazu. Du willst aber bestimmt noch Fotos mit einem machen, oder? Ja, klar. So, Leute. Wir sind an der Stelle durch. Hab ich nicht gut geschlagen. Praktikum. Weltklasse. Stabil gemacht, oder? Auf ersten Tage. Eine Kunde hat gesagt, die kommt nicht wieder. Doch. Ist halt so, ne? Ist halt so. Aber Eis ist ja top. Kann man nicht sagen. Das hat einer mal gesagt, die Bedienung ist scheiße gewesen. Das war dann nicht. Genau. Was soll ich sagen, Leute. Wir haben auf jeden Fall noch Reweiß übrig. Das ist Ananas-Konkurs-Curry. Brillant, gut. Wenn das weggegessen wird, kriegst du auch etwas beteiligen, oder? Klar, auf jeden Fall. Dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall alle hinkommen. Brüsseler Platz hier in der Nähe, Belgische Viertel, Ice Cream United. Gönnt euch das Eis rein. Wird das verschenkt? Ja, ne? Machen wir. Machen wir eine Aktion. Also, wird verschenkt. Kommt ihr hier rein, sagt einmal Reweiß, kriegt ihr ein Bätchen umsonst. Lohnt sich auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall gerne mal hier vorbei. Brüssel geht raus, aber nicht. Und wir sind an der Stelle durch. Macht's gut. Haut rein und tschüss. Auf Wiedersehen.